hallo und herzlich willkommen ich bin's der gute pamu und heute schauen wir uns eine große lagergarage an ja können wir auch wieder in die rubrik rein schieben ein pakete bzw in die hallen wo wir dann auch dementsprechend ja unsere maschinen oder sogar jetzt in diesem fall unsere schüttgüter vielleicht zwischen lagern können bis wir das dann dementsprechend ja wieder weiter verkaufen können wir hätten hier so eine art carport wo wir auch eben halt maschinen unterstellen können wir hätten natürlich auch die möglichkeit hier aufzumachen und dann dementsprechend hier die ein oder andere maschine dann hier rein zu fahren wir haben auch hier ein paar deko elemente wie zum beispiel ein paar ältere fässer ein paar paletten ein paar gefüllte regale und hier eben halt dann ganz normal ja dass wir dann hier was runter fahren können an maschinen beziehungsweise gerätschaften hier zum beispiel könnten wir dann auch so eine art schüttgut lager hin machen beziehungsweise dass wir hier sagen okay wir kippen jetzt hier jetzt unsere kartoffeln getreide oder whatever hin und können hier dann dementsprechend mit eben halt dann auch förderbändern beziehungsweise mit einer förderschnecke auch arbeiten auch hier können wir dementsprechend das tor aufmachen und rein fahren und wenn uns das natürlich dann abends bisschen zu dunkel wird können wir natürlich nicht anmachen das haben wir hier auch mit verbaut ja mehr gibt es erstmal nicht zu sagen hierzu außer eben halt dann doch dass wir wenn wir jetzt unser kaufmenü reingehen in die rückblick sonstiges bei bauen und gucken uns jetzt diesen diese große lagergarage an hätten wir noch die möglichkeit zu sagen wir können hier die dachfarbe beziehungsweise auch dann die vor farbe abändern damit das eben halt ein bisschen farblich frischer daherkommt ja und wir gerade gesehen hat da ist immer noch der fehler drin von den boden veränderungen die ich gemacht habe aber jetzt hier von dem mod ja gar nicht mehr gibt es erstmal nicht zu sagen außer wie gesagt dass es eben halt eine lagermöglichkeit ist für unsere maschinen beziehungsweise unsere anbaugeräte ja weiß liegen wir da ungefähr bei 80.000 für jetzt eben halt dann diese große lagergarage ja und wer auf jeden fall interesse an dieser lagergarage hat die findet ihr aktuell bei mod hub gibt es für pc mac ps4 ps5 xbox one und xbox s und wenn euch diese kleine mod vorstellung auch gefallen hat lasst doch gerne einen daumen da lasst gerne abo da und die glocke nicht zu vergessen um immer auf dem neuesten stand zu sein sowie haut auch gerne kommentare rein was ihr eben halt dann von den lagermöglichkeiten haltet ob man da hingegen dann noch weiter etwas machen kann oder ob es eben halt dann genügend möglichkeiten gibt wo wir dann auch dementsprechend maschinen oder eben halt dann unsere gerätschaften einladen können würde mir an der stelle auch interessieren in diesem sinne vielen lieben dank fürs zuschauen ich sage tschüss und ciao bis zum nächsten mal